Genial! Gartenbau! Ich bin eure Lehrerin 2.0 und begrüße euch ganz herzlich zu diesem Video. Dieses Mal geht es um den standardisierten Schichtenaufbau. Hört sich trocken an, aber ihr wisst ja bereits, Lernen anhand von Abbildungen und das im eigenen Tempo tut gar nicht weh. Und mit den richtigen Fachbegriffen, platzt dann auch auf der Baustelle. Wie baut ihr Wege und Plätze in ungebundener Bauweise? Hier zeige ich euch einen Standard-Schichtenaufbau im seitlichen Schnitt durch eine Pflasterfläche. Folgende Fachbegriffe müsst ihr kennen. Die oberste Schicht nennt man Deckschicht. Sie kann z.B. aus Betonrechteckpflaster, aber natürlich auch aus Natursteinpflaster oder Platten bestehen. Die Schicht darunter heißt Bettung. Als Bettungsmaterial eignen sich Brechstand-Split oder auch Kies-Sand-Gemische. Mineralstoffgemisch ohne Nullanteil, z.B. 2,5er-Split, darf laut DIN nur in begehbaren Bereichen eingebaut werden. Darunter steht die Tragschicht in der Regel aus einem HKS, Hart-Kalksteinschotter, an. Die Frostschutzschicht sollte, wie der Name vermuten lässt, bei frostgefährten Böden eingebaut werden. Als Planum bezeichnet man die Ebene und verdichtete Oberfläche des Untergrunds bzw. des Unterbaus. Bei mangelnder Tragfähigkeit des Untergrunds wird ein Unterbau notwendig, der den natürlich anstehenden Boden verbessert. Alle Schichten, die oberhalb des Untergrunds bzw. Unterbaus anstehen, bezeichnet man als Oberbau. Zum Oberbau gehören also die Frostschutzschicht, die Tragschicht, die Bettung und die Deckschicht. Warum sind überhaupt so viele Schichten nötig und welche Aufgaben haben Sie? Die Deckschicht sorgt für eine bequeme, verkehrssichere Oberfläche und bietet euch viele Möglichkeiten zur Gestaltung. Die Bettung gleicht die Unregelmäßigkeiten der Pflastersteine aus und gibt die auf das Pflaster einwirkenden Verkehrslasten an die Tragschicht ab. Die Tragschicht nimmt die Verkehrslasten auf, verteilt sie und leitet sie an dem Baugrund ab und verhindert damit Setzung. Die Frostschutzschicht leitet das Niederschlagswasser von oben nach unten ab und verhindert den kapillaren Wasseraufstieg aus dem Untergrund. Das Planum bildet den profilgerechten Abschluss des Unterbaus bzw. des Untergrunds. Und damit die Grundlage für den weiteren Schichtenaufbau. Als Unterbau bezeichnet man alle Maßnahmen zur Verbesserung des Untergrunds. Ihr wollt Beispiele? Stellt euch vor, in eurem anstehenden Boden haben alle Mineralkorner annähernd dieselbe Größe. Dann fehlt die Größenabstufung. Eine Verzahnung der Mineralkörner miteinander ist dann nicht möglich. Dann könnte die Zugabe der fehlenden Mineralkorngrößen euer Mittel der Wahl sein. Oder euer Boden ist zu nass. Dann könntet ihr Kalk als Stabilisator zugeben. Und last not least wird im Galabau immer häufiger Geotextil eingesetzt, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu erhöhen. Der Untergrund trägt die Belastung, nimmt das dicker Wasser auf und führt es ab. Für alle, die jetzt noch wissen möchten, wie die Materialmengen für die einzelnen Schichten berechnet werden, gibt es ein eigenes Video, in dem ich die Rechenwege kleinschrittig erkläre. Auch zum Thema Gesamtstärke des frostsicheren Oberbaus gibt es demnächst noch ein extra Tutorial. Bleibt also am Ball! Liebe Grüße von eurer Lehrerin 2.0.